liebe freunde hier ist euer faddy willkommen zurück zu einer neuen staffel von brimworld ihr lieben und willkommen hier zurück zu unserer kolonie wir haben ja beim letzten mal so dieses mega ja diesen mega reaktor gebaut bin echt mal gespannt wohin das führen wird wir müssen die noch mal erstmal testen dazu ist ja noch nicht ganz bereit da müssen wir noch mal ein paar rohre verlegen und dann wird das laufen im weiteren verlauf werden wir auch noch mal einen schutz anzug brauchen für wer macht hat das bei uns oder teil hat das bei uns immer gemacht oder war das hier wer war das eigentlich war das teil militär war das immer die das gemacht habe glaube ich weil der strahlt schon ordentlich was aus glaube ich wenn er mal voll ist so müssen wir mal gucken damit der läuft müssen wir hier noch einiges verlegen da wird noch mal schauen das haben wir schon die für die konsole dann high voltage braucht der nicht das braucht man nur hier zur verbindung zwischen den coolant pipe reicht für den generator hier dann steampipes und cold water pipes fangen wir mal mit den steampipes an ich will die mal einmal so hier verlegen machen wir es erstmal hier so zack was verlegen wir eigentlich gerade steampipes so steampipes verlegt dann die cold water pipes die machen wir gleich da drüber ach ja weiterlaufen lassen natürlich klar mit denen hatten wir glaube ich schon gehandelt da müssen wir nichts machen stroh wird schon mal abgebaut hier werde ich das mal doppelt immer so weiterführen weil das wird hier langsam knapp ansonsten leute ja müssen wir echt schauen riesig ne 2 4 6 8 10 11 hier sind schon mal 33 kerne da hat ja insgesamt 15 15 18 da hat 21 die kerne 9 alles schon ordentlich ordentlich was ja wird auch schon hier hergestellt für die thea nachher die rohre werden jetzt verlegt feine sache ich glaube der wird schon ordentlich was ausstrahlen wenn es so weit ist also wir müssen hier irgendwie für diese sachen irgendwie was machen können zum beispiel das sind hier ja wie heißen die eigentlich moment juros hier findet sich nichts natürlich ok ok interessant also so ein schrank würde gehen ich glaube so eine absetzmulde nicht das müssen wir hier echt machen ich will hier mal so ein regal bauen die rohre werden jetzt hier verlegt die rohre werden jetzt hier verlegt auch gegen was kommt überfall das müssen wir uns angucken die rohre werden die schwester von menino oha leute da will ich mir noch mal die meldung anschauen wo konnte ich das noch mal machen war das hier was war hier nach sie werden sofort angreifen ok ok ja so wie viele hosen haben wir zwei jeweils also bocroy wird sich voll ausstatten hier bocroy wird sich hier voll ausstatten dann bocroy biologie soziales ehemann des abonero wo ist abonero hier ach quatsch zu bocroy dann kann ich hier ich werde schon mal in kampfmodus gehen so dann abonero kampfmodus kleide dich mit fleckgoogles so ich werde jetzt bei allen fleckgoogles nehmen wie sieht's waffentechnisch bei den leuten aus haben wir hier noch sturmgewehre eins nur dann gleich das sturmgewehr nehmen sturmgewehr rodriguez anfisa das ist doch schmutz wir haben nix das müssen wir verbessern bocroy und xigua hier nochmal kurz schauen xigua hat auch eine waffe ja xigua hat auch eine waffe die haben eigentlich alle ihre waffen so deswegen werde ich jetzt mal bei den klamotten folgendes tun ähm ich werde bei den zuweisungen bei den herbstklamotten pluggoogles mal dazu nehmen und da das ja jetzt so ist einmal ganz kurz quasi die arbeit abbrechen braune otter 10 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 haben wir eigentlich die sind hier oben die werden auch gleich angreifen wird hier jetzt gemeldet das hilft nix wir lassen es mal langsam laufen hä was ist hier los die sollen hier mal alle durchgehen können oh man ey so wir sammeln uns mal hier ähm sammeln uns mal alle hier 2 sozusagen so hier 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 und hier 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 Was hat jetzt Bokoi für eine Waffe? Was hat jetzt alles? Die Hose noch? Okay. So, weiter geht's. Wie sieht der Angriff gerade aus? Hä? Die gehen hier anscheinend unten hin. Wir gehen mal hier so raus. Fisa und so weiter. Gehen auch mal hier hin. Benero geht auch hier hin. Menino soll hier mal bleiben. Die gehen mal hier rein. War das mit der Bekleidung? Also ich will die nicht immer so mit dieser Militärkleidung rumlaufen lassen, um ehrlich zu sein. Warum fliehen die? Äh. Oh, weil die hier gekämpft haben. Ah. Oha. Ja. Dann. Okay. Okay. Hä? Krass. Hä? 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 Alter. Ja, ähm. Ja, Leute. Das war ja mal was. Deswegen haben die sich verraten gefühlt. Ich checke. Naja, dann ist das so. Können wir nicht ändern. Lag ja jetzt echt nicht an unserer... Äh. Lag jetzt echt nicht an uns, ne? So, nehmen wir mal von der Herbstkleidung das mal weg. Ähm, Flag-Googles war das, ne? So. Ja, so schnell geht's, Leute. So schnell kommt der Sieg. Ähm. Fliegen die jetzt wirklich? Moment, ich will mir mal nochmal die Meldung angucken. Nee, die greifen uns weiterhin an. Ganz ehrlich, dann... Geht's hier mal raus und dann wird gekämpft. Geht's hier mal raus. Menino kann hier bleiben. Außer Menino alle. Äh, wo ist Menino? Und hier ist jemand, den wir fangen könnten. Tobacco-Dependence. Nase abgeschossen. Linker Arm abgeschossen. Ja, den müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Ähm. Erst wird gekämpft. Oh, Mist, Mann. Ja, wir ziehen hier rum. Greifen sie von der Seite hier an. Der Seite. Oh! Ne, ne, ne! Wir nehmen die Nähe! Oh! Wir nehmen die Nähe! Wir nehmen die Nähe! ja gegen so stämme also die haben keine chance begreifen wir hier mal an wir haben ordentlich Zigaretten mit die sind jetzt reingelaufen die fliehen aber wo wollen die fliehen die fliehen so was für eine folge alter Schwede die fliehen so gibt es noch feindliche Truppen hier oh ja überall so ein bisschen verteilt ähm Menino geh mal rein bitte wir müssen das hier so ja aufräumen Handelskarawane von Ithium zieht weiter so fliehen die jetzt alle glaube ich glaube ja Wahnsinn und dann und dann die Ich glaube, wir lassen die mal fliehen und werden hier jetzt natürlich die Leute mal reinlassen. Hier werde ich die Flaggoogles natürlich entfernen wieder. Flaggoogles, genau. Menino auch bitte. So. Ähm. Ja. Wie sieht's hier aus? Ich werde mal auf der Karte wieder alles erlauben. Uh. Plexico, Plexico. Wie sieht's eigentlich mit ihm hier aus? Alkoholsucht. Äh. Wir fangen den mal. Gibt es noch Überlebende? Nee, irgendwie nicht, ne? Jo. Müssen wir hier mal wieder aufräumen lassen. Wahnsinn, ne? Also ist schon interessant, wie das hier so abging eben. Wir haben... Bei uns wurde noch nicht mal jemand verletzt, ne? So. Chemisches Verhungern. Ähm. Ja, der hat ja noch diese Drogenentzug-Geschichte, ne? Trauerblaue Giraffe. Und schlechter Laune. Ja. Ihr Lieben, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis allen gut. Ciao, ciao. Euer Fari. sehr, sehr. Entschuldig. Wege mehr Tasman und auf dem Magsa bi子. Vielen Dank.